Okay, wir folgen, ähm, hier, Bartholomeo. Wir folgen ihm. Also durch Scheiße für Bartholomeo wurde jetzt seine Frau gefangen genommen. Aber naja. Also durch die krasse Musik, die abgeht. Du stehst deines Mannes weit und versteckst dich in deiner Festung? Du hast nichts zwischen deinen Beinen. Nichts, nur ein tiefes Loch. So tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in den Straßen von Paris. Dann klettern wir über die Mauern. Die sind unüberwindbar. Pentesilea wüsste, was zu tun ist. Vielleicht ist das das Ende. Ich gehe im Morgengrauen und hoffe, dieser Feigling wird ihr Leben verschonen. Per que non ci ho pezzato prima? Sag dich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Folgt mir! Noch komme ich hier nicht rein. Glaube ich zumindest. Oder doch? Dann werde ich mal hier den Aussichtspunkt machen. Der kommt da bestimmt her, ich wollte gerade sagen. Ah, ich dachte vielleicht hätte ich, könnte ich die Adler-Auge nochmal ausmachen. Nein, ich will dich nochmal. Oh Gott. Ich will doch nur das Adler-Auge ausmachen. Ich habe dir zwar nichts gesehen, aber... Naja, was soll's. Ah, was soll's? Ah. 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 Geh! Geh! Ruhe! Ruhe in Vien! Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Auch wenn jetzt hier Templer-Agent ist, theoretisch. Soll ich den Templer-Agent noch schnell machen? Gut, ich mach den Templer-Agent noch schnell. Früher stellte er Zunftschilder her. Nun verbreitet er Lügen für die Borgia und verprügelt alle, die ihm im Weg stehen. Wie euch? Wo ist er? Er schließt sich stets in seiner Werkstatt ein. Doch ich weiß, wie man ihn herauslocken kann. Gegen Propaganda. Augusto Berlin durch Abreißen seiner Propaganda aus der Werkstatt locken. Er muss aufgespielt und eliminiert werden. Das Ziel mit der Versteckung klingt, töten. Reiß die Schilder ab, die er im Viertel aufgehängt hat. Sein Stolz erträgt das nicht. Grazie. Und überlegen, wie wir diese Bastarde treffen können. Wir müssen einen Schlag erfahren, um loszulassen. Und überlegen, wie wir diese Bastarde treffen können. Okay, ich versuche jetzt einfach, einen großen Bogen drumherum zu machen. Was ich anscheinend aber nicht kann. Okay. Okay. Was ist das? Maestro, äh okay Jemand ist Maestro geworden Maestro Ich möchte gerne, dass einer Oder zwei jetzt schon Assassinen wären Das würde natürlich einiges erleichtern Ich freue mich nämlich nicht mehr auf Reisen zu schicken Jetzt haben wir gerade einen Borcher-Turm noch gemacht Also War jetzt auch einfach Also einfacher als ich gedacht hätte Ich kann jetzt also auch direkt Rekruten noch besorgen Oh Gott Na super Ich wollte eigentlich einen Doppelantat machen Nun das letzte Das ist auch weg jetzt Wo ist er? Komm her Jetzt stirbst du Wer hat meine Schilder abgerissen? Er muss sterben Das ist ein scheiß Franzose, Alter Boah, Junge Das ist mir eine versteckte Klinge in die Fresse, Junge Das kriegen die Franzosen, ey Nichts gegen Franzosen Pardon, pardon Boah, ich hab Obwohl ich nichts gesehen hab Den gekillt, Alter Boah, Junge Ich bin ein richtiger Pro, Alter Ich bin richtig biestig, Alter So, wo kann ich jetzt eigentlich Ich will doch eigentlich nur Einen Rekruten holen Und danach will ich meine Aufträge gegebenenfalls noch verteilen Die Befreiung Roms hat begonnen Danke, Signore Ich habe nichts im Leben Wenn ich euch dienen darf Das wäre meine Erfüllung Alles klar, dann sei dann Dann sei herzlich willkommen, mein Freund Am besten, wir müssten auch irgendwie Cesare überreden Zu uns zu kommen, irgendwie Das war ja eigentlich mördergeil, Alter Cesare bei den Assassinen, Alter Stell dir das mal vor, der Wichser, ey Aber stellt euch das mal wirklich vor, Alter Das wäre ja mal voll übel Ein Gutschern eingreifen Wurde einfach ruhig abgeschlossen Emilia Sante ist jetzt Stufe 8, Alter Ist jetzt Stufe 8 Gutschern wurde erfolgreich abgeschlossen Ist jetzt auf Stufe 9 Maestro Maestro Potenzielle Assassine Okay, die brauchen nicht mehr viel Die beide brauchen nicht mehr viel Der ist jetzt auch Stufe 9 Yes Oh, da habe ich jetzt Waffenausfänge geskillt Macht aber nichts Alle, wir sind wieder da Alles klar Jetzt schicken wir auf jeden Fall die 9 Zum Beispiel in den hier 3100 EP Wie viel braucht der denn noch? Und irgendwie noch ein 8er oder ein 6er Ein 2 6er 3 6er haben wir So Also wir haben 2 Assassinsignale Wir können noch ein 6er losschicken Das sind so gute Aufgaben für so ein 6er Das wird zu schwierig sein, oder? Hmm Hmm... Hmm... Es gibt 20 EP. Gut, das ist ja perfekt für den. Er ist eine Stufe dann aufgestiegen. Hmm... Habe ich eigentlich wieder Geld bekommen, mein Freund? Ja, habe ich. 12.000, okay. Bin ich glücklich mit... Dann werden wir gerade speichern. Alles klar. Und ich möchte mich gerne verabschieden von euch. Und zwar war es mir wieder eine ganz große Ehre, ein wenig Gameplay aufzunehmen, ein bisschen Let's Play aufzunehmen. Also, vielen Dank dafür, dass ich sowas machen kann. Und dass wenigstens ein paar mir zugucken. Aber auch wenn es nicht viele sind, aber wenigstens ein paar. Um das jetzt zu verbessern, könntet ihr, aber nur wenn ihr wollt, könntet ihr, ähm, zum Beispiel, äh, bewerten. Bewertet eine ganz große Sache. Bitte bewertet das Video. Ansonsten, äh, also, gebt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Oder, ähm, und, 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 und eventuell kommentiert das Video. Schreibt einen Kommentar. Gefällt es euch? Gefällt es nicht? Ähm, habt ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Whatever. Irgendwas in dieser Sache. Und als andere Sache, abonniert, abonniert meinen Channel, damit ihr immer up-to-date seid, immer up-to-date seid, äh, meine Videos zu sehen. Und wenn sie rauskommen, habt ihr direkt in der Abo-Box, wenn sie nicht gerade spinnt, seht ihr dann, okay, The Firestorm LP hat, äh, ein neues Video rausgebracht. Also, wenn ihr denkt, das ist gut, dann, äh, abonniert, kommentiert und liked das Video und meinen Channel. Ich kann nur noch sagen, man sieht sich, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.